So, Hallöchen und Willkommen zurück bei Day A Billions. Ich hab mich jetzt gerade mal ein klein wenig rein studiert in unsere Kolonie und hab hier ein paar Sachen angeguckt, was wir machen können. Ich werde jetzt zum Beispiel mal hier ein Kraftwerk hinsetzen. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger immer noch Kraftwerke nenne, ihr kennt das ja. Ähm... Ähm... Ich hab ein paar Pläne. Erstens werden wir hier komplett zumachen und ich werde schauen, dass ich hier irgendwie eine Mauer reinziehe. Einerseits aus dem Grund, weil wir hier direkt am Maprand schon sind, ja. Da ist nicht mehr so viel Platz. Und andererseits, das ist ein riesiges offenes Gelände. Ich würde hier ganz gern zumachen. Und wir haben Tag 23. Ich weiß jetzt gar nicht mehr beim letzten Mal. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Hatten wir da schon Welle 2 oder nicht? Ich meine, ich Vogel hätte natürlich auch einfach die letzte Folge angucken können. Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Aber egal. Ähm... Was wir unbedingt dann noch machen müssen, ist, hier unten die Gegend sichern. Wir sind hier unten komplett offen. Da ist das Command Center. Also wenn hier was passiert, wir sind am Arsch. Ja, wir sind am Arsch. Ich brauche mehr Einheiten. Die Einheiten, die müssen hier runter. Äh... Hier oben brauchen wir es ja allerdings auch ganz dringend, wegen dem Mistding. Und dann möchte ich die Fläche hier haben, weil hier auch nochmal viel Bauplatz ist. Äh... Jetzt gucke ich mal kurz, können wir eine Balliste bauen? Nein, uns fehlt Holz. Das heißt, wir sollten die Holzproduktion auch nochmal ankurbeln. Das könnte man hier machen. Oh, der... Ich baue einfach hier. Ah, 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 aha, oh, aha, ja. Alles klar, sowohl zu dem Thema. Ähm... Ähm... Jetzt passen sie auf. Wir lassen zwei hier zurück. Hier nehmen wir ebenfalls zwei mit. Die schicken wir da runter. Ich hoffe nur, dass die jetzt richtig laufen und nicht irgendeinen Mist verzäpfen. Aus dem Osten. Die werden definitiv hier auftauchen. Das heißt, das hier außen... Äh... Ich weiß nicht, ob wir was halten können. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie eine Ballista oder was hinstellen. Die Türme sind noch nicht ready. Ja, okay, wir werden sie hier abfangen. Es geht nicht anders. Ich stelle da die Ballista hin. Und dann warten wir einfach. Wir ziehen die ganzen Bogenschützen zurück auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwo einen Scharfschützen eigentlich? Hatten wir überhaupt Scharfschützen? Ich glaube nicht, ne? Das war in einem anderen Spielstand. Ich komme da ein bisschen durcheinander. Ich muss auch zugeben, ich bin leicht angemüdet, wenn man das so sagen kann. Jetzt nicht vom Spiel selber, sondern einfach... Also, wir haben momentan den 16. Es ist Samstag und ich war gestern mit einem Kumpel und meiner Schwester im Kino. Wir haben uns Star Wars angeschaut, den neuen Star Wars-Film. Der war dann irgendwann um... Ich glaube, halb zwei in der Früh fertig. Und... Naja, du weißt ja, wie es ist, wenn man zu lang wach bleibt. Okay, pass auf. Ihr zieht euch zurück. Wir brauchen aber definitiv mehr Einheiten da drüben. Was ist denn hier los? Ich kann hier gerade keine bauen, weil kein Gold und so. So, wie viele stehen jetzt hier noch rum? Zwei. Zwei. Zwei hier, die bleiben da auch vorsichtshalber mal. Hm, ansonsten... Die möchte ich ungern abziehen. Die brauchen wir, um hier die Stellung zu halten. Very nice. Okay, wo können wir jetzt Mauern bauen? Wir sollten schleunigst damit anfangen, hier alles zuzumachen. Gerade so, dass die Ballista noch in Reichweite ist. Die Bogenschützen da hin. Los, 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 alle Männer an die Mauer. Und wir brauchen dringend mehr Holz, was? Was? Wir brauchen Holz. Willst du mich verarschen? Ja, genau deswegen will ich sie nämlich oben lassen. Da kommen jetzt immer mehr von den Viechern. Okay, pass mal auf. Eisen, Eisen, Popeisen, schmeiß mal raus. Steine, schmeiß mal gerade mal raus. Brauchen wir im Moment nicht. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder Holz kaufen würde. Das ist irgendwie lächerlich. Ein bisschen, oder? Schon so ein bisschen. Okay. Ähm. Die werden ja hoffentlich hier treffen. Hier, wo es offen ist. Dann können wir den Rest nämlich zumachen. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob die zwei Dinger was reißen werden. Ob das die Viecher auffällt. Vorsichtshalber ziehen wir hier. Nein, keine Ressourcen mehr. Die kommen von da unten. Erzähl mir jetzt nicht, dass die da hochlaufen. Oh, das wäre bitter. Das wäre so bitter. Aber ich glaube, sie kommen hier oben an. So, komm, kann ich nochmal Mauern bauen? Jawohl. Da müssen wir zu machen. Einfach für den Fall, dass sie hier durchkommen, dass wir da zurückfallen können. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, die kommen hier hoch. Oh, oh. Oh, oh. Ja, nee. Die haben gerade den Weg hier rüber eingeschlagen. Die sind da hin unterwegs. Och, nö, oder? Oh, scheiße. Ähm. 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 Ballista? Ballista? Ballista. Ich brauche ganz schnell der Ballista. Hier so. Und dann kann ich kaum noch Mauern bauen. Es ist ein Traum. Also da, wo sie steht, ist die Reichweite. Mist. Nein, keine Ressourcen mehr. Okay, pass auf. Äh. Die hier weg brauchen wir ja so nicht. Wenn die jetzt eh von da oben kommen. Was lassen wir denn hier am Bogenschützen mal übrig? Ich würde sagen, 1, 2 und der ganze Rest da runter. Oder? Wo gehen sie lang? Wo gehen sie lang? Wo gehen sie lang? Ja, ne, sie kommen hier unten lang. Und die Ballista ist noch nicht ready. Nein, keine Ressourcen mehr. Warum habe ich keine Ressourcen mehr? Da kommen sie. Oh Gott, haltet sie auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück ist die Welle so klein. Sonst hätten wir definitiv ein Problem. Die Mauern halten. Noch. Oh, die Ballista feuert. Gott sei Dank. Weißt du, und ich sag's noch. Wir müssen da unten die Gegend sichern. Oh Mann. Ach schön, die backen sich da unten fest. Das finde ich aber sehr nett. Nein, ehrlich, das finde ich nett. Okay, warte. Wir haben wieder ordentlich Zeug. Wir können einen Stone Workshop bauen. Und den brauchen wir auch ganz, ganz dringend. Äh, wo stelle ich den hin? Ich glaube, ich stelle ihn hier so hin. Oder hier so? Warte, kann ich da überhaupt noch eine Query bauen? Wann geht das? Nee, es geht gar nicht, weil die da steht. Genau. Drei Eisen, vier Eisen. Ja, ja, ja. Nee, okay. Dann stellen wir den ganz da hin, dass wir hier unten noch ein bisschen Platz haben für andere Sachen. Zum Beispiel, ach nee, gerade für nix. Aber okay. Okay. Hier unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Übrig lassen. Der ganze Rest wieder hoch. Wir haben jetzt eh eine Ballista hier. Das müsste reichen erst mal. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Mädels wieder verteilen. Vor allem hier oben. Wenn hier oben was schief geht, wir sind so tot. Wir sind einfach nur so tot. Die Frage ist jetzt, wo und wie? Nicht genug Ressourcen. Okay. Gut. Wie viele haben wir hier? Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Möchte ich ganz gerne da hochschicken. So, und der ganze Rest der Mannschaft rennt dann hier rum. Die Ballista kann eigentlich wieder weg. Raus der Sonne nicht. Okay. Und wir müssen ganz dringend die Häuser irgendwie noch upgraden. Hier unten müssen wir irgendwie weitermachen. Können wir hier mal Zombies anlocken gerade? Ähm. Hier gibt's kaum Zombies. Was ist denn da los? Nee, okay. Wenn da unten nix ist. Wir schicken da trotzdem mal eine ganze Truppe von denen runter. Das wird da weitermachen können. Okay, mit euch machen wir auch weiter. Da oben ist zu. Das sollten wir allerdings noch verstärken. Wir bräuchten... Nahrung braucht man noch nicht. Wir könnten allerdings... diesen hier machen. Ja, es ist egal, wo wir ihn hinstellen eigentlich. Hauptsache, wir kriegen die Fläche da unten. Äh. Holz. Ich möchte das Holz-Income erhöhen. Da nochmal plus 10. Ja, warum nicht? Hunter Cottage können wir hier irgendwo hinstellen? Oh, da oben. Das sind jetzt diese kleinen... Mini-Horden. Oh, Mädels. Konzentriert euch mal ein bisschen. Und da oben kommen sie auch. Das heißt, da sollte man auch eine Ballista aufstellen hier oben. Hallo? Enemies too close. Ist ja ein Witz. Kommt, killt die mal, dass ich da meine Ballista hinstellen kann, bitte. Da oben. Ja, ja. Ach so, ist nur einer. Shit, da unten. Okay, zieht euch zurück. Kann ich hier zumachen gerade? Nee, geht nicht. Ich muss die Ballista abfangen. Ja, genau. Den Platz möchte ich nämlich auch erobern. Und das wird schon langsam mal irgendwie Zeit. Der da ist ready. Steinmauern. Und dann sollte man auch schauen, dass wir weitere Steinqueries bauen. Da fehlt uns jedes Zeug momentan. Ass, ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt erzählen wir nicht, dass wir das Village of Doom getriggert haben. Oh, 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 oh. Nein, ich kann keine Ballista bauen. Alter, das gibt's doch nicht. Okay, Situation unter Kontrolle. Den kann ich nicht reparieren gerade. Oh, das ist scheiße. Das ist irgendwie scheiße. Wir brauchen da oben noch eine Ballista. Was natürlich nicht geht, weil der jetzt im Eimer ist. Glückwunsch. Okay, ihr zwei da runter. Die Ballista sollte den Point halten. Und da kommen sie. Nee, gefällt mir nicht so ganz. Gefällt mir gerade nicht wirklich. Okay, mit euch mal weiter vorrücken. Los, 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 los. Wir haben nicht viel Zeit. Da drüben Zombies ausschalten. So, und gleich expanden. Besten gar nicht lang rumtun. Gleich expanden. Da unten können wir uns wieder Nahrung verschaffen. Den hier. 22. 21. Okay, 22. Hallo? Was, ich kann den da nicht hinstellen, weil der da sammelt. Nein. 18. Oh, das ist bitter. Aber da hätten wir einen mit 20. Da mit 20. Gibt es da noch einen mit 21? Ja, hier. 21. Okay. Dann hätten wir den. Theoretisch kann ich da unten auch nochmal diesen hier machen. Genau. Hauptsache, wir haben Energie. Was ist jetzt mit dem Workshop? Da sind nur noch die Traps. Die Traps sparen wir uns gerade mal. Und hier oben müssen wir irgendwie weitergehen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir das hier jetzt machen sollen. Wie schaut es denn aus? Ah. Ihr schaut es nicht wirklich geil aus. Also die Stelle hier oben gefällt mir überhaupt nicht. Stonehouses. Ja, bitte. Und wieder kein Gold, aber jede Menge Ressourcen. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Ah, da müssen wir uns leider warten. Ach, da oben ist er immer noch offen. Wird Zeit, dass wir nochmal zumachen. Und wieso sind wir nur bei plus 564? Irgendwie läuft es echt so schlecht gerade. Das kann ich jetzt so ganz da vollziehen. So, zwei wieder dahin. Nochmal zwei darüber. Der Rest bleibt hier. So, okay. Energy haben wir. Das heißt, Nahrung haben wir auch. Dann rüsten wir mal die Gebäude auf. Was irgendwie nicht geht, weil uns permanent das Gold fehlt. So. Okay. So, jetzt hier unten. Wie schaut es aus? Ich versuche mich auch mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Ich habe schon gemerkt, dass ich da nachgelassen habe. Ich hätte ganz gerne nochmal Gold. rollerblrasch. So. 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 Vielen Dank.